Hallo, ich bin's wieder heute mal. Ich war gestern mal wieder einkaufen. Ich brauchte einige Sachen und bin ich einmal bei uns im Hobbyladen gegangen, weil ich brauchte für meinen Auftrag aus einem Karten und dann habe ich diese von Tim Holz, diese Schraufen gefunden und ich dachte, die nehme ich mir mal mit. Ich habe schon gesehen, 399, da sitzen 20, 36 Stück sitzen da innen und ich dachte, ja, verschiedene Farben und okay. Dann brauchte ich für meine Bottle Capes Glossy Accent. Ich finde, das besser werden als mit diesem Fimo Liquid, weil hier lasse ich es gewohnt an der Luft trocknen und ja, bei diesem Fimo, da muss ich immer den Backofen anmachen und das dauert mir viel zu lange und ich finde es mit diesem Glossy Accent wird es auch viel transparenter. Dann bin ich bei uns in unserem Billigladen gewesen. Da habe ich mir diesen Block geholt, davon habe ich schon jede Menge. Wer da Interesse hat, ich kann auch sowas versorgen für einen Tausch. Die Kosten sind nicht teuer und da sind verschiedene Motive drin, einmal hier mit Cupcakes, dann Ballon für Faced, Blumen, nochmal Rosen, Rosen und dann, auch und sie sind mit Glitter. Man sieht es nicht gut hier im Licht, aber ich will mal sehen. Okay. Und dann hatten sie dieses Kreativ-Tipp, was Kiki auch schon vorgestellt hat auf ihren Haul und ich habe, ich habe auch schon jede Menge davon, hier habe ich aber einmal mit, mit von Cars. von Cars. Und einmal von Little Pet Shop. Little Pet Shops, ja. Aber da sind hier kleine, man sieht es nicht gut, kleine Ponys sind da drauf. Kleine Ponys. Und hier nochmal ein kleines Reh. Okay. Das war's. Tschüss. So, jetzt.